It's gonna be alright Haben Sie keine Heizungen? Hallo Hallo Morgen Morgen Hallo Hallo Morgen Guten Tag Hallo Morgen Morgen, guten Tag Haben Sie nicht so etwas wie eine Heizung hier im Bus? Es ist ganz schön kalt hier Guten Tag Guten Morgen Guten Morgen Godkatze Jeug 51 Redaktion Redaktion Ez nah Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020